so in diesem kapitel stellen wir ihnen die technische ausstattung vor die wir hier vornehmen können und kommen auch noch mal auf die rahmengrößen zu sprechen wir haben hier bei dem tief durchstieg die möglichkeit von ungefähr einer körpergröße 1 meter 65 bis auch zwei meter und so zieht sich das auch bei den anderen rahmengrößen durch also 1 meter 65 bis zwei meter kriegen wir zu ziemlich jeden auf diese räder drauf ist das sogar etwas größer sein darf sogar etwas größer weil das zeichen wir ihnen dann noch hat noch einmal oder jetzt gleich wir können auch vorne einen spiel lüfter einbauen und dort damit konzept langes elend wie mir unerlänger bequem aufrecht war aufrecht fahren genau weitere besonderheiten was wir haben sind die schaltungen die wir auswählen können genau und zwar je nach bedarf nach einsatz ganz genau also jetzt in dem regel da sehe ich hier haben wir die manuelle in violo schaltung verbaut sehr einfach zu bedienen durchdrehen stufenlos variabel entweder mit kette oder auch mit zahnriemen das ist für touren fahrer für gemütliche fahrer oder auch die manuelle rollo schaltung auch hier durchdrehen das ist jetzt geeignet für leute die ein bisschen sportlicher fahren möchten steile berge fahren und auch schnell bergab fahren möchten auch hier variabel kette oder zahnriemen und das sind besonders nachhaltige technische lösungen weil denn du winch die schaltung ist wartungs- und verschleißfrei kunde die sind jetzt schon bereits 50.000 kilometer gefahren mit so einer schaltung rollo fällt 100.000 und mehr bekannterweise also das wäre jetzt etwas für die längere zukunft und ja jetzt gibt es auch noch die kettenschaltung da haben wir verschiedene varianten zwischen 10 und 12 gang wir empfehlen ihnen die elf gang weil die vom schalten her also von der entfaltung her sehr großes und sie hat den geringsten verschleiß also mir rechnet da mit kette und ritzel etwa 10.000 kilometer laufleistung nimmt die gern also erstmal welchem gewicht es ist die leichteste variante es ist sportlich das heißt ich komme jetzt gerade von einem wochenende wo ich mit dem freund an der bergstraße wo wir sind also in der odenwald drei und da war ich dann tatsächlich mit dieser schnell arbeitende schaltung der rollof überlege also bei der rollof brauchst du ein bisschen zum schalten ist bei retour ist es wurscht aber wenn du in der in der steigung drin bist du musst nur schalten dann brauchst du eine ketten schaltung also diese drei möglichkeiten haben wir und sie können dann sich von uns beraten lassen oder wissen schon was sie brauche also super geht alles